Vielen Dank für den Vortrag, Datacenter aus der Puppenkiste, hält mein Kollege Thomas Gelf. Er ist Senior Consultant bei Netzwerk und wird uns anhand einiger Konfigurationsbeispiele Puppet ein bisschen, ja Konfigurationsbeispiele für Puppet näher bringen. Thomas? Dankeschön. Ja, nochmals schönen guten Morgen. Ja, ich möchte heute ein bisschen ganz kurz in Puppet einführen, zeigen was man mit den Dingen machen kann, was das drauf hat, was das kann und dann aber wirklich anhand von ein paar simplen, aber doch ganz netten Beispielen zeigen, wie man so sich seine Config ausbaut, wie man, was es da für nette Tricks gibt, wie man sowas umsetzen kann und so weiter. Ganz kurze Einführung. Ja, also Thomas Gelf mein Name, seit 2010 bin ich bei der NetWaze. Ich habe vorher alles Mögliche gemacht, also gerade so bei dem Thema DevOps bin ich eigentlich recht gut aufgestellt. Ich habe sehr lange, sehr viel entwickelt. Ich habe in drei Jahren nichts anderes gemacht, als mit mir mit Cisco-Geräten rumzuprügeln. Und ja, und dann habe ich wirklich beim ISB vom SIP-Carrier aufgebaut bis das ganze übliche Mail-Cluster, Filtering, Hosting-Zeugs und so weiter. Also Web-Entwickler ausbilden, alles Mögliche gemacht und natürlich IPv6 eingeführt. Bin italienischer Staatsbürger, deutscher Muttersprache, aber wenigstens so was Englisch wie Deutsch oder wie man bei uns sagt, Südtiroler. Mit Puppet kommen bin ich eher durch Zufall und net mal so ganz gewollt. Ich habe bei NetWais angefangen. Irgendwann hat da Bern gesagt, ja, möchte ich net mal so einen Artikel schreiben, über Puppet fürs Abi-Magazin, bräuchte man gerade was? Da habe ich gesagt, ja, natürlich mache ich, mache alles. Und habe mich erst angefangen, mit dem Ding zu beschäftigen und habe mir am Anfang gedacht, na eigentlich, das will ich gar nicht. Und habe dann wirklich Schwierigkeiten gehabt, das Ding positiv zu beschreiben, weil das war mir am Anfang, das war mir alles skeptisch. So ein Ruby-Dämon, der da was mit meinen Server macht und so weiter. Das war mir so Spekt, aber ich habe mittlerweile mit Freunden, das ist ein richtig, richtig nettes Tool. NetWais ist übrigens offizieller Puppet Labs Schulungspartner. Wir machen so einige Schulungen im Jahr. Die nächste ist in Kürze. Ich glaube, es gibt sogar noch Plätze. Ist im Juni und dann haben wir, ja, Zürich, Nürnberg haben wir zurzeit auf dem Programm. Das ist ganz witzig. Und natürlich hier auf der OSDC haben wir einen Eintages-Wirkshop gehabt. Suchen, ständig Leute, das möchte ich noch einwerfen, also einfach mal vorbeischauen. Wir verschleißen gern kein Seldens. Und zum Beispiel beim eigentlichen Thema DevOps. Ja, die, also klar, das Wort entsteht aus Development und Operating. Die Ideen daher kommen aus dem ganzen, ja, aus der Ecke von den agilen Infrastrukturen und so weiter. Um die ganze Theorie nicht durchzukauen, im Grunde, man hat verstanden, dass es durchaus Sinn macht, wenn Entwickler und Operating, also Betrieb, Sys-Admins, ein bisschen miteinander sprechen. Nicht nur durch Tickets, sondern wirklich so von Nase zu Nase. Die klassische Aufgabenteilung, die kennen wir alle, oder so schöne Schichtenmodelle, sehe ich immer wieder ganz neu, die neu eingeführt werden. Entwicklung hat natürlich Anforderungen an die Funktionalität, hat das Management im Nacken, das Ding muss raus, das muss funktionieren, das muss schnell sein. Der Betrieb sagt, Moment mal bitte, wie, da eine neue Ruby-Version, das ist aber in meinem Enterprise Linux nicht drin, das geht mal gar nicht. Es gibt da so ein gewisses, ja, so ein Grundpotenzial für Konflikte. Es ist beides nicht ganz optimal, ja, also irgendein goldene Weg in der Mitte, den hat noch keiner gefunden, aber mit dem ganzen DevOps-Thema kommt man dem ein bisschen näher. Nachteil, so wie der klassische Sys-Admins das macht, ich lasse die Kiste laufen, bis sie abraucht, oder bis ich halt wirklich eine neue Hardware kriege, da ist das Ding dann stabil, aber ich bin erstens, wenn ich dann eine Umstellung habe, dann habe ich eine Wahnsinnsarbeit, muss eine riesengroße Migration planen, riskiere eher das, was daneben geht, und es wird noch viel schwieriger, dann wieder zurückzufahren, wenn es nicht funktioniert hat. Wenn ich hingegen häufig kleinere Änderungen mache, dann ist der Weg zurück, natürlich, wenn was daneben geht, viel kürzer. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass was kracht, natürlich auch höher. Trotzdem bin ich damit halt einfach schneller. Ich habe da, das Management im Nacken, muss neue Features liefern, muss neue Dipläuten, wir haben es in der Kino, der gehört, 8 Dipläumen am Tag, sowas wollen wir hin zu Tag haben, und zwar 8 Mal am Tag alle Server neu, alle Applikationen neu, dann macht das Spaß. Dann ist ja egal, wenn jemand so einen Server hackt, noch einen halben Tag werfen weg. Ja, müssen wir uns nicht näher erörtern, also klar, der Betrieb bremst durch seine Arbeitsweise neue Features aus, hat natürlich auch Schwierigkeiten, weil er klassisch überhaupt gar nicht weiß, wie so eine Applikation tickt, und ist ihm grundsätzlich mal skeptisch, steht ihm skeptisch gegenüber, aber vielleicht auch nicht aus Prinzip, sondern weil er einfach schon sehr viel mitgemacht hat. Entwickler, super, echte Freikorps, schnell, Datenbankanbindung, wunderbar, SQL müssen wir nicht kennen, und dann deployen wir die Anwendung, und wenn es langsam geht, dann ist Netzwerk oder Server schuld, kann der Entwickler nichts dafür. Ja, so, das Ganze führt uns zum Thema Konfigurationsmanagement. Ich habe mit dem Wort schon meine Probleme gehabt am Anfang, weil das ist, laut Wikipedia ist das eine Management-Disziplin. Ich habe historisch mit Management und mit Disziplin eigentlich grundsätzlich schon immer so meine Probleme gehabt. Da gibt es so wunderschöne Kürzel, KMO, KÜ, also Konfigurationsmanagement, Überwachung und so weiter, klingt alles super. Vielleicht interessiert es euch, mir will ich das ersparen. Aber das ist ein schlimmes Wort, aber eigentlich eine ganz nette Sache. Im Grunde, ich habe Systeme zu konfigurieren, zu verwalten, und das sollte halt möglichst smooth, möglichst schnell gehen, und Hand und Fuß haben, und ich möchte nach einem halben Jahr noch wissen, was ich mit irgendeiner Kiste gemacht habe und so weiter. Und, ja, ich kenne das früher, so Linux-Systeme, das administriere ich mit der Konsole. Ich brauche meinen Texteditor, natürlich auf keinen Fall den falschen, sondern den richtigen. Die passen die richtige Skripssprache, die auch nicht die falsche, und mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich kann, wenn ich viele Systeme habe, dann automatisiere ich das, mache eine schöne Vorschleife, nehme Cluster-SSH, setze mich hin, nehme Perl mit Any Event, BoE, irgendwas, und habe dann richtig geschrieben, meine ganzen asynchronen SSH-Sessions, also so alt ich Perl auch nicht, da kann ich so einiges machen. Trotzdem kann es zum Problem werden. Meine Skripssammlung ist natürlich super. Die Skripte, die ich vor fünf Jahren geschrieben habe, die, glaube ich, laufen heute noch. Ob das daran liegt, dass die so gut sind, oder dass sich keiner traut, die anzurühren, das weiß ich nicht, aber das kann halt zum Problem werden. Genau für das Thema haben wir dann gebappelt. Ganz kurz ein paar Eckdaten voraus. Entwickelt wird das Ding, oder wurde das hauptsächlich von Luke Kenyess. Der hat 2001, glaube ich, angefangen, so selber Dusse zu schreiben, und 2005 hat er dann Bupet Labs gegründet, und gleich als erstes Produkt Bupet rausgeworfen. War bis zur 2.7 unter GPLV2, ich bin mittlerweile unter der Apache License. Und es gibt da Bupet Enterprise, also wenn ich dem Ding nicht ganz traue, dann kann ich eine schöne Enterprise Lizenz kaufen mit Support und so weiter. Und muss mich nicht darum kümmern, die vielen einzelnen Komponenten selber auf die Beine zu stellen. Ja, Bupet ist dann so ein Werkzeug für dieses Konfigurationsmanagement. Das ist ein Automatisierungstool. Ich finde, auch wenn ich Bupet dann gar nicht einsetzen will am Ende, schon nur die Denkarbeit, die ich reingesteckt habe, um mir das Ding mal anzuschauen, ist es schon wert, mich überhaupt damit beschäftigt zu haben. Also das ist schon eine recht gute Anregung zum Reflexieren der eigenen Arbeitsweise. Ist eine schöne Abstraktionsschicht eigentlich zwischen dem Admin und seinen Systemen, weil der eigentlich nicht mehr so genau wissen muss, ist das ein Solaris oder ein Redhead oder irgendwas. Da kümmert sich so einen großen Teil Bupet drum. Kommen wir wieder dann zum DevOps-Thema dann auch hin. Und das Ding ist in Ruby geschrieben. Ruby ist in Italien sowieso. Was, Ruby? Das hat mit der netten Dame nichts zu tun. Ruby ist eine interpretierte, objektorientierte Sprache. Man erkennt so einige Merkmale aus Perl dort ebenfalls drin. Also teilweise findet man sich wieder, teilweise schaut es komplett anders aus. Es gibt Konstrukte, die sind sehr, sehr schön. Andere erschrecken jemanden, der das nicht kennt. Aber grundsätzlich ist eine tolle Sprache. Ruby hat historisch teilweise je nach Version ein bisschen Probleme mit Memory Leaks und ich muss ein bisschen aufpassen, welche Version ich dann benutze und welche nicht. Aber Ruby wird erwachsen. Also ist eine tolle Sprache. Das Recht ist übrigens der Herr Berlusconi, als er gerade in Südtirol eine nette Rede gehalten hat. Und den Südtirol, die den auszupfiffen haben, dann so noch viele Unikor. Also ich bin der einzige Sohn, hat er denen halt ein bisschen hingewunken. So, ganz kurz, Mitbewerb außenrum. Ich kenne alle eigentlich zu wenig, um qualifiziert euch zu sagen, warum die schlecht oder besser sind. Der Entwickler von Bappet kommt aus der CF Engine Ecke. Er findet Bappet besser. Chef ist für Ruby Leute vielleicht auch eine ganz interessante Alternative. Mit CFG und so weiter findet er eher starr. Und die SSH und Vorschleifen funktionieren wunderbar, die kennen wir alle. Vorteil von Bappet ist, ich habe konsistente, reproduzierbare Systemkonfigurationen. Ich definiere nicht, was das System machen soll, sondern ich lege fest, wie dieses System aussehen soll. Bappet bringt das System in diesen Zustand. Und wenn der Zustand irgendwann davon abweicht, dann kümmert er sich darum, das System wieder in den gewünschten Zustand zu bringen. Also der Bappet, ich sage Bappet, nicht mach bitte Upget, Install, Postfix, sondern ich sage Bappet, da muss Postfix drauf sein. Der Einstieg ist ziemlich einfach, das werden wir nachher sehen, wie schnell man da loslegen kann. Das Ding ist super portable, also läuft auf Windows mittlerweile sogar. Wir haben es auf HBX sogar schon, obwohl es ja nicht offiziell supported wäre, Solaris und so weiter. Und natürlich auch die Linuxe. Zu den Ressourcetippen kommen wir noch. Also wie schon erwähnt, ich kann einfach nur sagen, auf dem System muss Postfix drauf sein. Dass der sich auf dem Red Hat dann mit YAM und auf dem Debian mit Upget rumkümmern muss und so weiter, das ist nicht mein Problem. Das interessiert mich nicht. Ich muss allerdings wissen, dass das Paket, dass Apache sich unter Debian, Apache 2 nennt und unter Red Hat dann HTTPD. Über sowas muss man Gedanken machen, aber nicht um die Art und Weise, wie das dann passiert. Also auf das ganze Ding aufbauen, da habe ich einfach eine schöne deklarative Sprache, mit der ich festgelegt, wie die Dinger aussehen sollen. Ganz kurz noch was zur Community. Von den ganzen Konfigurationsmanagement-Dingern, die wir sehen, ist das eigentlich gefühlt sicher das Projekt mit der größten Community. Da sind Unmenge Leute, Code beitragen, Tausende auf den Mailinglisten aktiv. Die IRC-Sandle-Channel sowohl für Entwickler als auch User sind vollgestopft. Also Hilfe kriegt man. Es gibt dann auch bei Puppet natürlich Tickets, die drei Jahre liegen bleiben, aber das ist wahnsinnig aktiv und sehr lebendig. Kurz noch was zur Architektur. Vielleicht zuerst ein Bild dazu, sieht man es besser. Ich habe in einer normalen Umgebung, ich muss das nicht so machen, einen Puppet-Master. Hier liegt meine Config, da liegen Dateien rum. Ich habe meine Manifests, zu dem kommen wir gleich, also das ist die Konfigurationsbeschreibung. Ich habe eine Certification Authority, denn das läuft alles schön über SSL. Der Client meldet sich beim Puppet-Master, liefert dem Fakten über sich selber. Aus diesen Fakten und der Config baut der Master dann einen sogenannten Katalog für den Client. Und der Client kümmert sich dann eigentlich darum, diesen kompilierten Katalog mit dem eigenen Systemzustand zu vergleichen, Abweichungen zu finden und das System dann in den gewünschten Zustand zu bringen. Und nachher habe ich dann ein Reporting und der erzählt dem Master, passt oder ich habe das gemacht, ich habe was gendert oder das ist alles daneben gegangen, es hat nicht geklappt, ich habe das nicht machen können, weil. Fakten haben wir da gesehen. Es gibt so ein Tool, das nennt sich Factor, ich kann das ja komplett unabhängig von Puppet nutzen. Im Grunde ist das nichts anderes als so eine, ja, das abstrahiert man halt ebenfalls Informationen meines Betriebssystems und liefert man Informationen über das System und die werden dann von Puppet benutzt. Es ist eine Rube-Bibliothek, läuft überall und ich kann das auch um eigene Fakten erweitern. Wenn wir das kurz anschauen, ich nehme irgendeinen Rechner, will mein, das ist ein bisschen witzlos, mein Host nicht wissen, dann erzählt er mir, wie der Rechner sich nennt oder den fully qualified domain name. Ich kann nachfragen, ist das ein echtes oder ein virtuelles System. Ja, das ist ein echtes in dem Fall und so weiter. Der erzählt mir, ich befinde mich in einer VMware VM, wenn ich Factor ohne Parameter aufrufe, dann sehe ich eine ganze Serie von Infos, ich sehe meine Prozessoren, ich sehe SSH Hostkeys, ich sehe, dass ich auf einer 4-6-Bit-Plattform bin und so weiter. Und sämtliche Informationen, die ich hier habe, kann ich dann bei meiner Konfigurationsausstellung verwenden. Was ich sehr gerne mache, ich liebe Container anstelle, von einer vollen Virtualisierung, Linux-V-Server oder LXC. Und da drin möchte ich zum Beispiel keinen NTP-Server haben, aber ich will unbedingt NTP auf jedem Rechner haben, aber nicht im virtuellen. Wenn Container, dann lass das Ding weg, sonst installiere ich es. So Spielereien kann ich mit diesen Fakten recht schnell machen. Das nächste, was wir in Puppet haben, ist ein sogenannter Resource Abstraction Layer. Ich verwalte mit Puppet verschiedene Ressourcetypen. Hier sehen wir vier Standardbeispiele. Ich habe Dateien, ich habe Pakete, ich habe Services, ich habe Benutzer. Es gibt eine ganze Serie von Standarddingern und die kann man auch eigene schreiben, entweder in dieser Beschreibungssprache oder wenn ich will in Ruby. Und Puppet kümmert sich dann, also dieser, auf dem jeweiligen System kümmert sich dann die Ressourcen drum, um herauszufinden, muss ich AppGate benutzen, habe ich Yam oder wird der RPM mitgeliefert und installiere ich einfach das Ding. Und das muss man nicht wirklich Gedanken machen. Man sollte natürlich wissen, was da dahinter abläuft, aber das nimmt man Puppet ab. Oder ich muss halt zum Beispiel nicht wissen, wie ich unter Solaris einen User anlege. Ich kann, ich kenne Linux, auf Solaris finde ich mir ein bisschen zurecht. Ich bin kein Solaris-Admin, aber mit dem Ding weiß ich, wenn ich sage, ich will einen User haben, dann macht er einen User. Die Konfiguration als solche, indem wir definieren, welche Ressourcen ich habe, wie die ausschauen sollen und so weiter, speichere ich sogenannte Manifesten. Manifest zu verstehen im Sinne der Ladungslichte eines Schiffes. Also ich sage nicht, trage bitte fünf Fässer rum hoch, sondern ich sage, da müssen fünf Fässer rum drauf sein. Und da geht einer dann in die Runde und sagt, ich habe nur vier liefern. Ja, da ist auch nicht zu viel. Nein, 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 so viel trinken wir nicht, auch nicht wieder runter. Ich wollte gestern noch recherchieren, wie viel eigentlich so ein Schiff früher rumfässer drauf gehabt hat. Ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden, aber ich habe herausgefunden, so einer der größten Schiffsunfälle in den letzten 200 Jahren von der Royal Navy war durch Rumpfässer mit ausgelöst. Da ist wahrscheinlich einer gestanden und hat gesagt, ja, weiter, weiter, liefern, alles drauf, haben wir als Platz auf dem Schiff. Irgendwann hat das Schlagseite gekriegt, bei den Kanonenöffnungen ist Wasser reingerunnen und da sind von 900, glaube ich, 700 gestorben oder so. Was lernen wir draus? Wenn die Pappet gehabt hätten, wären die heutzutage trotzdem alle tot. So, wie so ein Manifest aussehen, jetzt kommen wir dann gleich zur Praxis. Das ist ein Hübser natürlich. Gut lesbar, ich lese so eine Konfiguration viel häufiger, als ich so ein Ding schreibe. Ich habe nette Tools, es gibt WIM-Puppet, also habe ich im BI schönes Syntax-Highlighting für Puppets. Es gibt Best Practices im Wiki, mittlerweile verschiedene Versionen, an die sollte ich mich halten oder wenigstens die mal durchlesen und überlegen, ob die für mich auch was wären, sonst lässt das Pappet aber ziemlich freie Hand. Es gibt dann noch so Konstrukte, die sich Module nennen. Also, wenn ich mal irgendein Ding im Pappet konfiguriert habe, dann stelle ich das in ein Modul, wir sehen gleich, wie man sowas macht. Ich kann mal fertige Module runterladen. Benutze die Dinger einfach, wenn sie an, wenn das zu meinem System passt, wunderbar. Ich würde aber grundsätzlich empfehlen, jedes Modul, das ich nutze, erst einmal anzuschauen und versuchen zu verstehen, weil auf keinen Fall sollte man irgendein Modul, ach, das macht mein SQL, das nehmen wir mal und mit dem konfiguriere ich mein Cluster. Sowas geht net. Ich muss net den BI nutzen. Es gibt also bspw. für Eclipse sowas wie Gebetto. Gebetto ist der alte Herr, der aus dem sprechenden Holzstück den Pinakio geschnitzelt hat. Also Pinakio Puppen, da gibt der Name. Und da habe ich wirklich vollständige Code-Completion über meine ganzen Module drüber und so weiter und kann dann mein ganzes Testing steuern und und und. Soll es sehr gut sein, ich persönlich nutze die BI-Variante, aber Entwickler freuen sich drüber. Ja, ich meine, im BI schaut es so aus, ebenfalls schön farbig, also kann man nutzen. Da sehen wir schon ungefähr, wie sowas dann ausschauen kann, aber das machen wir jetzt dann gleich langsam von vorn. Ähm, bevor wir loslegen, noch zwei, drei wichtige Begriffe. Ich habe einen Katalog, also vorhin haben wir das im Bild gesehen, das ist die Gesamtheit der Ressourcen, Dateien und Eigenschaften, die für ein bestimmtes System zu einem bestimmten Zeitpunkt auslieferen. Klassen sind einfach Behälter für Ressourcen-Definitionen. Dann gibt es sogenannte Definitions oder Defined Types, also ich kann den Ressourcen-Typ auch selber konfigurieren. Was anderes wäre ein Native-Type, den ich in Ruby schreibe. Also so ein Ressourcen-Typ ist zum Beispiel Package oder Service. Also ich kann sagen, ich schreibe einen für Subversion-Repositories, wenn es den nicht schon gibt. Ja, die haben wir gut gehört. Dann habe ich noch Templates, also so ein, wer Ruby kennt, ERW-Dateien, stinknormale Template-Sprache, wie jede andere auch. Und ich kann mit derzeit systemspezifische Konfigurations-Dateien erstellen. Ich schreibe in die Main-CF-Firma, Postfix, als Mail-Name, als eigener Name, was Richtiges rein. Den Hostname zum Beispiel. Ich habe Variablen, wobei das ist eine Sprache, eine Beschreibungssprache, die einen Zustand beschreibt. Das heißt, ich kann Variablen nicht so benutzen, wie ich das kann. Ich kann die Dinge nicht ändern. Ich kann in jedem Kontext jede Variable nur einmal anlegen. Module sind dann so wiederverwertbar als Ganzes, aus Klassen, Templates, Variablen und so weiter. Und dann haben wir noch Rezepte. Das war früher so ein schwammiger Name für eigentlich alles, von Kotschnipseln bis vollständigen Modulen. Verstanden habe ich das, als ich nach Franken gezogen bin und Knödel wollte. Ja, der Südtiroler, schöne Tiroler Knödel, wunderbar. Ich setze mich hin, bestelle so ein Knödel mit irgendwas und was bringt denn die Franken? Sowas. Das ist ein Kloß, aber teilweise, wenn ich so ein Knödel will, dann bringe ich es ja auch sowas. Als schlanke Beilage noch so schöne Schäufele dazu. Das habe ich gelernt, es reicht nicht zu sagen, ich will ein Knödel, aber wenn ich ein Rezept habe, und ich habe das bei meiner Mama geholt und habe das der Freundin gegeben, und jetzt kriege ich mittlerweile schon fast, also die Konsistenz ist noch nicht ganz richtig, die muss man ja reißen können, aber ein Rezept hilft dir dabei. So, ganz kurz noch die Zuständigkeiten, also die Aufgaben von Puppet beginnen nach dem sogenannten Bare Metal Deployment. Ich schiebe meinen Rechner ins Rack oder fahre meine virtuelle Maschine hoch, ich muss ein Betriebssystem installieren und ich muss Puppet draufwerfen. Das kann Puppet nicht, weil vor Puppet nicht drauf ist, kann Puppet mit dem Rechner nichts machen. Da gibt es andere Tools dafür, es gibt auch schöne Oberflächen, die wir beides gemeinsam steuern. Puppet beginnt, also die Aufgabe von Puppet beginnt dann, wenn das Basesystem installiert ist, Puppet draufliegt und dann beginnt Puppet meinen Rechner zu konfigurieren. Ich weise dem irgendeine Rolle zu und Puppet kümmert sich darum, die Rolle zu erhalten, bis ich die Rolle ändere. So, um mit unserem Rollout dann loszulegen. Das Schöne bei Puppet ist, ich kann es wirklich auspacken, loslegen. Natürlich will man sowas wie ein unternehmensweites Konfigurationsmanagement mit Bedacht einführen, gut überlegen, planen und so weiter. Aber ich kann mir mein Puppet mit, auf meinem Ubuntu Upgrade Install Puppet und sonst nehme ich mir irgendeine VM draufwerfen und ohne, dass jetzt große Server-Client-Umgebungen aufsetzen und mir um Zertifikate kümmere, kann ich lokal eigentlich wirklich alles testen. Und das ist das Schöne dran. Ich kann mit kleinen Kindern lernen so schnell, weil die halt einfach alles antatzen und probieren und so weiter. Und das sollte man nie verlernen. Die beste Variante, um ein Tool wirklich kennenzulernen, ist ausprobieren, Fehler machen, noch mehr kaputt machen und dann wird was draus. Also es gibt natürlich auch verschiedene Ansichten. Es gibt Leute, also ich bin einer, der jeden Fehler selber machen muss, bevor er es glaubt. Es hat sehr weise Männer gegeben, die haben mir was anderes gesagt. So, jetzt legen wir mal los. Also, ich habe hier ein paar Manifests vorbereitet. Das erste, ich sage einfach nur, not this irgendwas. Und das, was ich hier sehe, kommt normalerweise auf meinem Puppet-Master an. Ich erhalte eine Benachrichtigung, der Client hat mir was geschickt. So eine Beispiel-Config könnte ich benutzen und jedem Rechner zuweisen, der noch keine spezielle Rolle hat. Und dann taucht in meinem Log automatisch auf, ah, da hat sich jemand gemeldet, der hat noch keine Config. Und du weißt, der ist bereit, dem kann ich jetzt Aufgaben zuweisen. Ich sehe noch, wie lange der braucht hat, mein Katalog zu kompilieren und in 0,3 Sekunden ist es durchlaufen. Normalerweise läuft das Katalog-Kompilieren am Master und der Katalog-Run dann am Client. Hier natürlich läuft alles auf dem selben Rechner noch. Dann nächste Variante. Ich habe da den Client hinzugefügt und binnt Mod D1 ein. Mod D ist eigentlich ein erstes Modul, aber noch recht banales. Ich habe da einen Ordner Manifests und einen Ordner mit Tests. Also ich kann mir sämtliche Konfigurationen im Grunde unter etc.puppetmanifestsite.pp, von der Datei startet er normalerweise, ich kann alles da reinpacken. Es wird unübersichtlich, es wird riesengroß, deshalb organisiert man sich seine Pappe-Konfiguration in unterschiedlichen Klassen, die man dann in Modulen packt und so weiter. Eine Modulstruktur sieht so aus, dass ich eben Ordner Modules, den Modulnamen als Ordner habe, für meine Manifests und Ordner, eventuelle Tests, später dann sehen wir noch Templates, Files und so weiter. Das Schöne daran ist, wenn ich per Konvention alles richtig benenne und die Klasse so nenne wie den Ordner und so weiter, muss ich mich nicht darum kümmern, include irgendein Ordner Name, irgendeine Datei, sondern ich benutze einfach, das ist Mod D1 in dem Fall und er hat das nicht da, versucht in dem Ordner noch zu schauen, aha, da liegt es und da kann es benutzen. Also ich schreibe weniger Code, wenn ich mir eine bestimmte Konvention erhalte. Wenn wir das kurz anschauen, ganz was Banales, ich lege den ersten Detail an. Ich habe eine Klasse, definiere eine Ressource vom Typ File, benenne die Mod D und hat einen Pfad, Eigenschaften, Gruppe und so weiter und schreibe irgendeinen Inhalt rein. Das ist noch nichts besonders Aufregendes. Was hier vielleicht besonders ist, ich könnte den Dateinamen direkt oben als Titel hinschreiben und den Pfad weglassen, denn jeder Ressource-Typ hat eine sogenannte Name-Var, so ein Identifier und der wird für irgendwas Bestimmtes benutzt. Beim User ist der Username, bei der Gruppe der Gruppenname und so weiter. Beim File ist der Pfad. Ich habe ihn nicht gemacht, weil ich weiß, dass unterschiedliche Betriebssysteme das Mod D-File an unterschiedlichen Stellen liegen haben. Das heißt, ich gebe dem einen möglichst banalen Namen, nenne ich das Mod D und mache später dann den Pfad abhängig vom Betriebssystem. Setzt er normalerweise unter ETC Mod D auf einen Debian, weil das dort ein Simmelkisch ist, lege ich das woanders hin. So. Wenn wir das ausführen, hat er nichts gemacht, weil ich das vorher schon reingeschrieben habe. Moment, dann machen wir mal kurz was anderes und dann wieder zurück. Ich sehe, er hat in dem File den Inhalt geändert und zwar, weil er eine andere MD5-Summe gefunden hat. Also im Normalbetrieb macht Puppet, um ein File zu vergleichen, einfach so was. Der Server erstellt den neuen Inhalt, liefert ihn aus, der Agent vergleicht den mit seiner Datei, also MD5-Summe. Ups, hat sich geändert, muss ich tauschen. Deshalb sollte man sowas nicht machen, wenn man Hosting Provider ist und unter ETC Apache Sites virtual Sites enabelt, dann 50.000 files habe. Dann wird das ein bisschen teuer. Dann sollte man sich was anderes überlegen. Aber solange es nur ein paar hundert sein, dann ist das kein Problem. So, jedenfalls, der hat das gemacht. Wenn ich mich anmelde, der Inhalt steht drin. Wunderbar, passt. Das nächste Beispiel habe ich schon gezeigt, dass es das auch gibt. Geht ein bisschen weiter. Ich habe ein erstes Template und der Unterschied, den wir hier sehen, ich habe ein bisschen was reingebaut. Die zwei Zeilen, vergiss bitte mal, das ist ein Workaround für so eine Sache, die jetzt in meiner Testversion Warnungen bringt, weil in 2.8 vielleicht was sein soll. Auf jeden Fall, ich habe dann die variable FileName definiert und mache die abhängig vom Dollar Operating System. Ein Dollar Operating System ist der Fact Operating System, den wir vorher gesehen haben. Und wenn ich Fact Operating System ausführe, dann steht da Debian. Sagt einfach, wenn Debian oder Ubuntu, dann Warn Mod D, sonst ETC Mod D. Ich kann das nur auftröseln, dann abhängig vom Betriebssystem, je nach Release woanders hinlegen. Das kann ich alles da drin pflegen. Das muss ich natürlich nur für die Distributionen und Versionen machen, die ich selber habe. Aber das macht das dann sehr bequem, weil ich sage einfach, Mod D möchte pflegen, aber wo das liegt und so weiter, muss der, der das zuweist, eigentlich gar nicht mehr wissen. Der Inhalt ist ein Template, der Pfad hier ist relativ zum Modul und ich nutze hier so ein ERB-File, ganz was Simples. Ich schreibe auch irgendwas rein, ich kann mit Prozent ist gleich Operating System irgendeinen bestimmten Fact nutzen. Ich kann ja sowas machen, Prozent X, Cut, irgendwas und so weiter. Also mit Prozent X führe ich Schaltbefehle aus. Das ist der Standardweg, den der Linux-Armin dann macht, wenn er eigene Facts schreiben will und die meisten Facts, die mitliefert werden, schauen ebenfalls so aus. Also ich führe einfach irgendwas aus, nehme den Output und liefere den zurück. In dem Fall ist es ein bisschen witzlos, weil die Befehle in dem Template auf dem Master ausgeführt werden. Aber deshalb habe ich hingeschrieben, der Master hat irgendwas Bestimmtes gelaufen. Wie wir das auf dem Client machen, das sehen wir gleich. Und wenn ich sowas dann ausführe, er ändert den Inhalt und das steht jetzt drin. Also es hat funktioniert, er hat was gemacht. Noch was Wichtiges, wenn ich sowas zweimal ausführe, passiert gar nichts. Meine Notis habe ich zwar drin, aber normalerweise bei so einem Pappe dran passiert überhaupt nichts. Wenn jetzt da was reinschreibe, führ es wieder aus, sieht, Moment, der Inhalt hat sich geändert und überschreibt es frei wieder. Mein Gott, wenn ich so sicherheitskritische Sachen habe, Sudoers, SSH-Konfig und so weiter, ist das herrlich. Ich sage, wie das Ding ausschauen soll. Es kann nicht sein, dass jemand nicht irgendwas Böses machen will, sondern einfach was umkonfigurieren will, das ich vielleicht nicht so gut finde. So kriege ich aber auf jeden Fall dann zentral mit, aha, da hat sich was geändert und kann nachschauen, wer war das, warum war das und dann versuchen zu klären, spinnst du oder wolltest was gescheites machen und eventuell die Konfiguren irgendwie tut das nicht so richtig. Noch was, was ihr ebenfalls konfigurieren könnt, ich habe so einen File-Bucket und könnt sämtliche Files, die sich ändern, auch noch sichern. das heißt, wenn jemand was sinnvolles reingeschrieben hat, das dem sehr am Herzen liegt, kann ich das wieder herstellen mit der MD5-Summe, die ich im Lockdown stehen habe. So, nächstes Beispiel. Wir haben nochmal ein Modell-Beispiel, in dem Fall aber noch ein bisschen schrägeres, und zwar man könnte sich natürlich nicht ändern, doch hat sich, Entschuldigung, ich habe ein neues Template und in dem Template benutze ich einen neuen Fact und zwar IPv6-Adressen. Gibt es schon als Standard-Fact, aber ich hätte gerne eine Liste sämtlicher IPv6-Adressen, die ich konfiguriert habe, Komma getrennt und so weiter. Die finde ich komplett scheiße, also, ich habe IP und sehe dann, aha, da gibt es zwei IP-Adressen und den möchte ich aus irgendeinem Grund einfach mal in meinem Modell drin haben. Das muss am Client laufen, was ich machen kann, für sowas, ich schreibe eigene Facts. Das ist das, wo man am Anfang so ein bisschen Angst hat, weil, Rubi und so weiter, aber im Grunde sage ich hier, nette Vorlage, der im Grunde, ja, der macht auch den glücklich, der nur Shell schreiben will, ups, Entschuldigung, die, so, meine Lip Factor, ja, alles, was ich da hinlege, wenn ich in meiner Konfiguration Pluginsync eingeschaltet habe, und das möchte ich eigentlich immer haben, dann, das, was ich unter Lip Factor ablege, in dem Modul, wird alles auf meine Agents rausgespielt. So, und ich kann da einfach sowas machen, ich mache, ups, das war ein hässlicher Test von mir, sorry, das werfen wir weg, sowas reicht, ich mache einfach Exeg und führe das Ding so aus, wie ich das immer schon gemacht habe. Das reicht, das ist schnell, das funktioniert, das kann ich so machen, das machen die Puppet Labs Leute ebenfalls so. Wenn ich dann mein neues Beispiel ausführe, er ändert wieder mein Mod D, melde mich wieder an und ich habe hier eine Liste meiner IPv6-Adressen. Ich habe jetzt nichts Aufregendes, aber es zeigt schon, ich schreibe mir eigene Fakten und abhängig von denen kann ich dann meine Config bauten, Templates befüllen oder eben irgendwelche Entscheidungen treffen. Ich habe sehr gerne, wie vorher schon erwähnt, Linux V-Server, die Entscheidung, ob das jetzt ein Container ist oder nicht, das haben sie schon x-mal vergeigt und das funktioniert immer noch nicht ganz richtig, deshalb habe ich einfach meinen eigenen Effekt, deploy den und fertig, das funktioniert. Also ich sollte mir halt den Namen aussuchen, der vielleicht nicht die nächste Faktor-Version selber mitbringt, aber sowas ist schnell gemacht, und wahnsinnig praktisch. Nächstes Beispiel. Ich binde noch etwas ein und zwar SSH. SSH, neues Modul. Was hier neu dazukommen ist, ich habe eine Init-PP und eine Server-PP, was ich vorher nicht erwähnt habe. Wenn ich irgendeine Klasse benutze, irgendeinen Namen, dann sucht ihr das automatisch unter den Modules mit dem Ordner und bindet die Init-PP des jeweiligen Manifests ein. ein. Ich kann aber dann noch andere Unterklassen machen, sehen wir gleich, und die lege ich dann in eigene Files. Jedenfalls ist unser SSH-Config, ups, das schaut so aus, ich habe, ich definiere mir erst mal einen Service-Namen, damit das unten ein bisschen übersichtlicher bleibt, abhängig vom Betriebssystem, ist das entweder SSH oder SSHD. Ich möchte ein Paket installiert haben, oben ist das auch Client, natürlich, das könnte ebenfalls noch Betriebssystem, je nach Betriebssystem verschieden sein. Und ich sage jetzt, das Paket soll in der lichten Version vorhanden sein. Das wird bedeuten, wenn eine Pappe dran läuft und irgendwer hat Update gemacht, oder mal meinen lokalen Jumcash erneuert oder irgendwas und da sieht, da gibt es eine neue Version, dann würde der das aktualisieren, ganz eigenständig. Wenn nur Install-Din steht, dann installiert er das und fertig. Und so haben unterschiedliche Ressourcetypen für Ensure, das ist eigentlich so die wichtigste Eigenschaft ist, unterschiedliche Parameter. Der Service hier hat zum Beispiel Stopped. Ich habe meine SSH-Klasse, installiere nur den Client. Es gibt Linux-Satty, die haben einfach nur das Paket SSH oder OpenSSH und bringen Server und Client mit. Für die möchte ich sicherstellen, dass SSH einfach nicht läuft. Ich nenne das Ding hier zwar SSHD, aber der Name des Dienstes hängt ab von der Variable, die ich vorher definiert habe, je nach Betriebssystem. Und wichtig, Enable False. Damit stellt er sicher, dass beim Booten das Ding nicht gestartet wird. Nehmt die, aus den Randlevels, die Sümmlix raus. Heißt Status, heißt Re-Start, nicht unwichtig, damit er auch das Innescript fragt, ob das Ding läuft und nicht versucht, selber intelligent zu sein. Wenn ich irgendeinen Ressourcetyp habe und nicht genau weiß, wie der tickt, kann ich ja sagen, Puppet Describe. Service. Und sehe dann wirklich sämtliche Parameter, die ich mitgeben kann, schön beschrieben und so weiter. Also, das ist wirklich vorbildlich. So kann ich zu allen Komponenten eigentlich, die ich auf so einem Puppet habe, sofort eine schöne Beschreibung. Lassen wir das Ding mal laufen und dann werden wir gleich sehen, was der Unterschied zum nächsten ist. Ups, nicht gehört, sondern ich will den Appley haben von der 4. Ich habe einen SSH-Server drauf gehabt, bin ich bei SSH verbunden. Der Server stoppt da, meine Session läuft zum Glück weiter, bis ich aussteige. Installiert hat er nichts, weil das Paket war schon drauf. Wenn ich jetzt, ich bemutige, entferne den Server. Ups, so. Den Server installiert er nicht, er stellt sich sicher, dass das gestoppt ist, aber ansonsten, ich habe keinen SSH mehr drauf. Aber wenn ich nochmal einloggen möchte, das würde nicht funktionieren. Ups. Da bin ich noch drauf. Connection Refuse, da läuft gar nichts mehr. Für das habe ich mein nächstes Paket. Und zwar immer noch unter Manifests SSH habe ich ein Serverpaket. Hier sehen wir was Neues. Ich beerdne eine Klasse. Das heißt, ich nehme alles mit, was ich in meiner SSH-Config drin habe, aber zusätzlich definiere ich SSH-Pakete, stelle sicher, dass die installiert werden, die aktuellste Version haben und das ist eine andere Schreibweise. Ich kann, nachdem ich das beerbe, habe ich sämtliche Eigenschaften von dort in meiner Klasse mit drin. Das ist eine Sprache, mit der ich einen definierten Zustand beschreibe. Also kann ich nicht einfach nochmal sagen, Service, SSH, irgendwas, das geht nicht. Ich kann aber den Service benutzen. Das unterscheidet sich dadurch, dass ich den Namen nicht in den geschwungenen Klammern habe, das S groß schreibe und das in der eckigen Klammer als Name mitgebe. Ich ändere die Eigenschaften eines Objekts, das ich geerbt habe, also einer Ressourcedefinition und sage, Moment, das Ding soll laufen und aktiviert werden. Also beim Neustart ebenfalls automatisch starten. Zusätzlich liefere ich eine SSH-D-Config aus und im Unterschied zu vorher habe ich kein Template, sondern habe einfach in den Files-Ordner die SSH-D-Config reinkopiert, die zieht er von dort raus und fertig. Wichtig, wenn ich den Config-File ändere, dann muss ich ja häufig den Dienst neu laden oder neu starten. Und für sowas habe ich das nächste Feature hier, Benachrichtigungen. Wir haben hier unsere erste Klasse mit Abhängigkeiten, weil ihr habt in so einer Klassendefinition keine definierte Reihenfolge. Stimmt in neuen Versionen nicht mehr so ganz, aber grundsätzlich ist das zufällig. Also ich kann nicht erwarten, dass das Paket vor dem Service behandelt wird. Deshalb habe ich jetzt einfach sowas gemacht. Ich sage der Datei, dass die das Paket benötigt. Das heißt, es wird auf jeden Fall zuerst das Paket installiert und den Service will ich immer dann benachrichtigen, wenn das Files sich ändert. Das werden wir jetzt gleich ausprobieren. Das bedeutet, ich führe das auch mal aus. SSH müsste wieder installiert werden. Der Dienst muss gestartet werden. Das Config-File zieht er sich und es läuft alles. Wenn ich dann das Config-File ändere und noch eine Pappe dran läuft, noch eine Pappe dran anstoße, dann würde er sehen, dass das Files sich geändert hat. Überschreibt es wieder. Dadurch, dass das Files sich geändert hat, sagt er dem Dienst, hey, da war eine Änderung und am Ende wird er den Dienst neu geladen. Klar, bist du da her? Ich führe das mal aus. Dauert es wahrscheinlich ein bisschen, ja, geht schnell. Erstens, das Paket hat er gecreated. Er ist schnell gegangen, weil ich habe es in meinem lokalen Caching gehabt, sonst muss er es aus dem Netz ziehen und er hat den Dienst wieder gestartet. Alles wunderbar. Das File hat er nicht angerührt, weil ich wahrscheinlich schon vorher dieselbe Version gehabt habe. Wenn ich nochmal versuche mag, passiert gar nichts. Jetzt ändere ich mal meinen SSH-Config und sage, der Mittelroute-Login, das passt mir doch gar nicht. Ich will, yes. Mache noch eine Pappe dran und ich sehe, der Inhalt-Datei hat sich geändert und er hat dem Service SSH einen Refresh getriggert von irgendeinem Event. Wenn ich x Philes habe, die so einen Refresh triggern, dann wird am Ende der Reload trotzdem nur einmal gemacht. Also die werden eingesammelt und da wird jetzt halt stehen, ich habe einen Refresh gemacht, weil fünf Events. Das heißt, mein SSH-Server müsste wieder laufen und der kann mich wieder verbinden. Alles wunderbar. So. Und zwar habe ich noch das nächste Beispiel, recht witzig, weil das wird nicht funktionieren. Ich möchte ein bisschen mehr. Also um nicht x verschiedene Komponenten, weil ich will ja in der Standardkompik, ich will NTB einrichten, SSH, ich will meine VI-Konfiguration ausrollen und und und. Ich will nicht bei jedem Knoten alles einbinden. Ich habe so eine Node-Definition, ich könnte hier einen Host nicht mehr hinschreiben, also je nach Host binde ich andere Dinge ein. Das ist die Arbeitsweise, mit der ich verschiedene Rollen zuweise und hier sage ich ja, binde BaseConfig ein. BaseConfig ist wiederum so ein Modul, das wir rumliegen haben. Entschuldigung. Auch ein sehr simples, wenn wir das anschauen. Wir sehen aber wieder was Neues. Eine Case-Anweisung und eine Klasse mit einem Parameter. Ich gebe der Klasse ein Parameter Data Center mit. Ich sage abhängig, also ich möchte PostFix haben, das Modul kann man nachher vielleicht anschauen, ist ein bisschen umfangreicher. PostFix soll drauf sein, das soll aber keine Besonderkonfig haben, sondern nur Relayen. Ich hasse das, wenn Mails an Routen nicht ankommen. Die sollen geroutet werden und die sollen in meinem Postfach landen. So, damit das funktioniert, habe ich abhängig vom Data Center unterschiedliche Relay-Server. Wenn ich kein Data Center mitgebe, dann habe ich hier so als Standardaktion oder ein falsches eine Ausgabe. Moment mal, ihr habt da kein unterschiedliches Data Center und dann schlägt das Kompilieren des Katalogs fehl. Wenn wir das jetzt ausprobieren, No Validated Fender has been defined, das ist die Mails, die ich reingeschrieben habe. Funktioniert nicht. Ich könnte jetzt, habe ich das im nächsten drin eigentlich. Genau. Nächstes Beispiel, immer noch das selbe. Der Unterschied, ich kann nicht mehr include schreiben, sondern ich bin die Klasse anders ein. Ich sage, die Klasse baseconfig bin ich ein, habe eine parametrisierbare Klasse und gebe damit, mein Data Center ist Nürnberg. Ansonsten ändere ich gar nichts. Das ist immer noch das selbe baseconfig-Modul. Rufe jetzt, oder pappe auf und sage, mein Beispiel 7. Dauert ein bisschen. Ich habe übrigens noch zwei wichtige Schalter. Ich kann hinten dran schreiben, minus minus verbos, dann sehe ich sehr viel. Ich kann schreiben, minus minus debug, dann sehe ich sehr, sehr viel. Und ich kann minus noob dran schreiben, dann macht er no operation. Dann schreibt er nur, was er machen würde, wenn er das machen dürfte. Jedenfalls sehe ich, okay, er hat jetzt MailX mitgebracht, beziehungsweise im Postfix-Modul steht drin, wenn Debian, dann ist MailX im Paket entweder Mail Utils oder wie es die MailX. Auf jeden Fall hat er die Master CF geändert, hat den Postfix installiert, also die Package ist da und er hat Relay Domains konfiguriert. Das sehen wir jetzt an, wer das gemacht hat, das ist etwas Neues. Augeas, wer kennt das? Das ist ganz schön, das Tool. Und er hat drei Events, den Refresh getriggert haben für den Service Postfix. Hat einmal neu geladen, das Ding ist da. Wir können jetzt noch was machen. Wenn ich das umstelle und sage, Moment, der Rechner ist jetzt in Hamburg. Wend dasselbe nochmal an. Dann sehe ich, dieses Augeas hat in Postfix Relay Domains geändert. Und ja wahrscheinlich ist der vorher nicht gelaufen. Also eigentlich hat er, er hat einen Relay Domain getriggert. Der Stopp ist wahrscheinlich nachher fehlgeschlagen. Also meine Postfix-Config passt nicht ganz. Also sowas müssen wir jetzt eigentlich aufwechseln. So einen Moment mal, da hätten wir jetzt starten dürfen, der ist vorher nicht gelaufen. Wollen wir es nicht gewacken, aber da jedenfalls müsst ihr nachbessern. Und anschauen möchten wir noch kurz dieses Augeas Zeugs. So, das ist ein Modul, das habe ich einfach runtergeladen. Mit Augeas kann ich sagen, nimm die Datei etc. Postfix Main CF und also, sorry, das setzt er global für sämtliche Augeas-Ressourcen, setzt er ein paar Standarddinger. Immer dann, wenn ich das File anrühre, dann soll er bitte den Postfix benachrichtigen. Und wenn ich das Paket installiere, dann setzt er den Postfix neben okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, das ist ein Define. Das haben wir noch nicht gesehen. Ich habe einen eigenen Typ definiert, der nennt sich Postfix Config. Und immer dann, wenn ich das Ding aufrufe mit irgendeinem Wert und einem Namen, dann nimmt er die Einstellung und setzt mit Augeas irgendeinen Wert, irgendeinen Key auf einen Wert. Ich muss nicht wissen, wie das File ausschaut. Also mit Augeas kann ich XML-Files, Inuitateien, alles Mögliche bearbeiten und das Ding hat eine ganze Menge sogenannter Förtiger-Linsen für bestimmte Dateien, die wir so auf so einem Linux-System haben. Wenn mir das nicht gefällt, dass Puppet komplette Konfigurationsdateien überschreibt, weil mir passt das, was ein Debian in der aktuellen Version macht mit der SSHD-Konfig, ich möchte nur, dass bitte mein Allow-Root-Login so gesetzt ist, wie ich das haben will und den Rest soll ich nicht anrühren. Für diese Aufgabenstellung ist Augeas herrlich. Alles andere meine ich das System, ich stelle den Anschalter um. Kannst du sogar einen Dist-Upgrade machen, das Fall ist ja komplett anders aus, aber er kümmert sich nachher wieder darum, den Schalter richtig zu stellen. So, eins habe ich noch. Ups. Achso, gut, das brauchen wir nicht mehr. Reicht im Grunde, das, was wir hier immer gesehen haben, diese Not-Definition. Normalerweise schreibe ich für jeden Rechner für jeden Rechner, Node, Knotenname und sämtliche Klassen, die er haben soll. Ich kann reguläre Ausdrücke benutzen, um jeden WWW-Stern-Server, kann ich auch noch ein Dom-Cat draufzuwerfen, irgendwelche Applikationen zu deployen. Den Teil hier aber, den möchte ich nicht unbedingt in der Config haben. Den möchte ich irgendwo extern liegen haben. Und für das habe ich dann wieder ein nettes Feature, einen sogenannten External Node Classifier. Den kann ich aus dem LDAP lesen zum Beispiel und schreibe einfach ins LDAP, welcher Rechner kriegt welche Klassen und so weiter. Viel praktischer finden die die Möglichkeit, ein eigenes Skript aufzurufen. So ein Beispiel habe ich gemacht. Ich mache so etwas lieber in Börl als in Ruby und gebe dem irgendeinen Hostname mit. Also für meinen eigenen Rechner habe ich keine Konfiguration. aber doch habe ich einen eingetragen, glaube ich. Ja, genau. Die, wenn ich meine eigenen FreeQualified Domäne mitgeben würde, dann liefert dieses Börl-Skript als ein YAML-Format, ganz stupides Format. Dabei muss man gar nicht darüber Gedanken machen, wie das ausschaut. Ich mache einfach Use YAML und dann kriegt der Klassen zugewiesen, die Klasse BaseConfig mit Parameter Data Center Nürnberg, so wie wir es vorher gesehen haben. Und wenn wir das Börl-Skript mal anschauen, das ist ganz was Banales. Ich habe einfach ein Hash gemacht, Use YAML, habe zwei Hosts eingetragen, jedem irgendwelche Klassen, parametrisierbar in dem Fall. So etwas habe ich in der Datenbank. Ich habe sicher irgendeine Datenbank rumgelegen, in der drinsteht, wer erhält was oder ich sollte mir so etwas schreiben. Wäre ganz praktisch. Ihr könnt aber, also Puppet Dashboard oder Format, wenn wir es zeitlich hinkriegen, noch sehen, die können wir das ebenfalls machen. Dann habe ich verschiedene Web-Auerfläche, Klick, du kriegst Klasse Y und so weiter. Oder ich mache das komplett selber. Ich habe irgendeinen Code, mache eine Datenbankquery und sage, Moment, der Rechner, das wird der Domkett-Server durch die Liste der Applikationen, die deployen will. Mach das bitte. Wenn ich nichts habe, dann setze ich hier einfach Klasse Unconfigured, damit es auf jeden Fall bei mir ein Fehler auftaucht und sonst setze ich den einfach aus dem Ergebnis aus der Datenbankquery normalerweise. Und wenn ich, ups, das habe ich in meiner, also damit das funktioniert, muss ich in meiner Puppet-Konf, und die haben wir noch nicht gesehen, zentrale Konfigurationsdatei, habe da ein bisschen Quatsch drin, Pluginsync auf True, sehr wichtig, auf dem Master und auf dem Agent, und ich habe so einen Node-Dominus. Das stelle ich auf Exec, da gebe es zum Beispiel ein LDAP, und ich sage, meine externen Nodes klickst du über dieses Skript. Ja, ich habe vorhin in Hamburg reingeschrieben, jetzt hat er wieder Nürnberg draus gemacht, weil es im Burl-File drinsteht, sonst hat er nichts ändern müssen, da ist immer nur dasselbe Zeug eingebunden. So, und das letzte noch, wir haben das immer nur lokal gemacht, wenn ich in einem großen Umfeld habe ich normalerweise einen Puppet-Master und irgendwelche Agents. Ups, so, so ein Agent, der läuft normalerweise als Dienst im Hintergrund, ich kann den auch nur bei Grundträgen oder irgendwas, jedenfalls kann ich so einen Testlauf machen. Das ist der erste auf dem Rechner, er generiert einen neuen SSL-Key für seine Domäne, will sich dann signieren lassen und da sage ich, Moment, mein Certifikat wird in der Sitzung nicht signiert, also das passt nicht und wenn ich jetzt auf dem Master nachschaue, dann sehe ich, da habe ich unseren Certification, Signing, Certificate Signing Request erwartet und sage einfach wunderbar, Sign, wenn man ihn mal ausfindet, so, ups, der hat das Zertifikat signiert und den Request und wenn ich jetzt nochmals meinen Agent laufen lasse, dann sehe ich, aha, hier passiert so einiges, da habe ich ein bisschen mehr Output, der Inhalt meines, also ich habe meinen Infekt erhalten, des IPv6 Adresses, der hat sich geändert, weil ich den auf dem Server vorher umgebaut habe, dann sehe ich, der Inhalt, also der IPv6, ich sehe, das Mod D hat sich geändert, hat er ausgetauscht, Service gestartet, PostFix, MainSafe geändert und so weiter und so weiter und den am Ende neu geladen und das ist im Grunde das, was normalerweise abläuft. Ich habe so Agents, wenn ich den nochmal laufen lasse, dann passiert wahrscheinlich nichts. Gut, unser PostFix Problem, klar, aber sonst hätte er jetzt eigentlich gar nichts gemacht und wenn ich jetzt mal Burskript entscheiden würde, der ist in einem anderen Datacenter, dann würde er den einfach umkonfigurieren. Fertig. Wenn man sowas mal laufen lasse, dann ist das recht bequem. Es gibt noch andere Sprachkonstrukte, man kann da recht nette Sachen machen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir, ja, jetzt gesehen, was das Ding eigentlich macht und leisten kann. Kurzen Ausblick noch, wenn man das alles hat, es gibt schöne Gesundheit, schöne Webfrontends, Puppet Dashboard kommt von Puppet Labs, ich sehe, wer hat was gemacht, was hat funktioniert, wie lange gedauert, durch eine Spitze, was war da, warum hat der Knoten was geändert, klicken wir mal drauf, der ändert jedes Mal die SSH-Konfig durch irgendwas faul, Formen, sehr nett, das Ding kümmert sich auch um das ganze Bärmädel-Deployment, also wirklich BXE, booten, Image draufwerfen, Puppet installieren und dann mit Puppet Rollen zuweisen. Es gibt noch andere, also es gibt auch X Open-Source-Tools mittlerweile, die irgendeine Anbindung Richtung Puppet haben, wenn wir zum automatischen Monitoring-Konfigurationen generieren, hängt das jemand oben QRM oder irgendwas, also da gibt es wahnsinnig viel. Sehr zu empfehlen, Versionskontrolle, die Plaintext-Files sind dazu prädestiniert, mit einem VCS verwaltet zu werden, das heißt, ich kann verschiedene Branches meiner Server-Konfigurationen haben, kann meine Entwickler ebenfalls dort arbeiten lassen, spiele dieselbe Konfig dann in meiner Testumgebung aus, deploy da die Rechner und nur weil es dort passt, dann bringe ich das Ding in Produktion. Dann wird es langsam richtig, richtig sexy. So, zum Testen ganz kurz noch, um es erwähnt zu haben, die Files, die ich vorher gemacht habe, diese Example-Files, sind im Grunde schon Tests, ich inkludiere so irgendeine Klasse lokal und führe mich einen Test aus. Mit dem Teste funktioniert es, lässt es kompilieren und so weiter. Ich kann ganz Unit-Tests laufen lassen oder ganz, ganz nett, zum Beispiel Cucumber, wenn das jemand kennt, habe ich noch ein Beispiel, oder ich deploye einfach meine Monitoring-Checks mit und mit jedem Web-Server, den ich deploye, schreibe ich in meinen Monitoring-Server die passende HTTP-Check-Config und so weiter rein und lasse alles gemeinsam laufen. Das kann ich wirklich so steuern, dass wenn irgendwo ein Server die Rolle Web-Server gekriegt hat, dann landet auf dem Monitoring-Server hinten die passende Config, um den neuen Server zu überwachen. Sowas kann Puppet ebenfalls. Ja, das sind noch so Beispiele, wie so Cucumber ausschaut, weil sowas, also als süßer Album denkt man sich, hä, ich bin schon mit einem Stacks-Triss schon überfordert, aber ich als süß sowas, ich kann sagen, ich habe irgendein Feature, beschreibe, was da passieren soll, habe ein Szenario, send aus YAMM Repository given a note of class YAMBase, when I compile the catalog, there should be a YAMM Repository base und YAMM Repository updates und YAMM Repository extras. Ich kann das Ding ausführen lassen, kann es überprüfen lassen, das heißt, ich nehme meine neue Config, die meine Entwickler zusammengestellt haben, die pleite in die Testumgebung und kriege dann alles schön rot, wenn was irgendwann nicht funktioniert hat. Und kann man dann anschauen, was habe ich verzapft, vielleicht habe ich irgendwo einen Klut vergessen oder habe ich keine Ahnung was. Bubble skalieren, wenn man richtig viele Knoten hat, auch noch ein wichtiges Thema, im Grunde ist eine Web-Anwendung. Load-Balancers, schon mehrere Batches hin, das ist nicht ganz so einfach wegen Zertifikaten und so weiter. Die Datenbanken der Standard-Config bringen mich auch um, aber es geht. Also Bubble kann richtig, richtig große Umgebungen verwalten. Und ich glaube, ich habe eh schon die Zeit voll ausgereizt. Viel Spaß, in Bappes. Ja, recht herzlichen Dank für den Vortrag. Fragen? Okay. Alles klar. Also diese External-Node-Classifier, ist es erleichtert, dass die Arbeit erheblich beim Konfiguration-Schreiben, im Gegensatz, wenn ich es jetzt in die Side-PP oder Kleinst-PP oder Service-PP mache? Es trennt die Definition von der Konfiguration der Rechner. Also ich habe das Zuweisen der Rollen nicht in meiner Konfiguration drin stehen. Also wenn ich 100 Rechner habe, dann habe ich nicht 100 Mal Node-X-Package oder Include irgendwas, Include das, das, das und dann den nächsten. Ich kann die auch beerben, aber trotzdem wird das ein bisschen unschön und ihr könnt Fehler machen, könnt Klammern vor sich setzen und bei einem Knoten den anderen Knoten einbinden oder so, das kann auch passieren. Und wenn ihr es extern habt, dann habe ich einfach, ja, ich kann ein schönes Webfrontend machen und da drin klickt jemand, ich habe einen neuen Rechner und der soll jetzt bitte die Aufgabe übernehmen. Und das, das macht schon wirklich jener. Okay, weitere Fragen?